Es sind doch 10 Cent dabei. Schöne Symbol. Mein Gott, die können wir auch rein, dann ja dann hier oben. Ja. Das kreierte Verlängerung. Ja, das ist hier. 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 Mal sehen. Mal sehen. Ja, das ist hier. Ja! Ja. Ja. Versteht mich so, dass ich das? Drei. Ah, ein bisschen. Das war's. Ja. War eine leicht abgewünschte Runde. Aber trotzdem widenswert. Schon gedacht noch. Mal schauen wir dran an den Jackpot. Oh, da ist schon eine Fahrt drin. Oh, da ist schon eine Fahrt drin. Tja. Schauen wir mal, da kommt der Mino noch dazu. Auch noch. Machen wir. Oh, ja. Mal weiter. Hier war es ein Heil-Riss-Bit nur möglich. Schaut nicht. Sieht gut aus. Macht sogar noch deinen Zähnenerfolg. Aber auch nicht. Bissere Runde. Schade, aber immerhin. Schade. 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 Oh. Das wird aber ein ganz bitteres Ding machen. Rettung in letzter Sekunde Rettung in letzter Zeit Und? Und? Nein Und die Rettung? Jawohl Guros Guros Oh, wir wollten da so schnell Das Randschein Besser vorne Ach so So, haben wir gerade 16 Euro gegeben Die werde ich jetzt gleich komplett mal umwandeln Und? 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 Oh, okay. Ich muss mal die 16 Uhr eindrehen. Fortunator Power Spins, doch das beste Power Spins Spiel, was es zur Zeit gibt. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann man komischerweise im Minimum sogar noch 5 Cent wählen, kaum zu glauben. Mal schauen wie es so läuft. Vor allem, man kann es schnell drücken, geht auch. Das kann ich noch gar nicht. Okay. Okay. Ja, natürlich ganz Kärsche, doch macht er. Ah, ist unnütz. Ja. Sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Ja. 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 Hammer, ey. Hammer, ey. Laufen ja 30, viel zum Dreh und ohne Gewinner mittlerweile. Hammer, ey. Ein Stock im Arsch schieben, ey. Boah, ist das ein Lauf, ey. Okay, jetzt machen wir mal Sandy 20 Power Spins. Jetzt habe ich geschimpft, jetzt wird es gleich besser. Ja. Ja. Tja, da oben mal eingesetzt. Oh, kein Schwanz da oben in der Ecke. Ja. Ja, da oben. Ja, da oben. Ja, da oben. Und dann muss ich noch. Trotzdem läuft das Spiel noch besser als Power Spins, Jokers Gap oder so und dieses Goal Cup. Auf jeden Fall, alles gut. Letzter Spin, ja, das hat der 1. Okay, das geht ja noch. 1.5. Dann ist er auch schon ab. 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 Na gut, die hat er da oben schon gerade gehabt, wenn man so nimmt. 1.5. Dann ist er auch schon ab. 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 Und... Ich glaube... Oh, dann machen wir mal die Verlängerung. Mal schauen, ob man mich jetzt auffrisst. Ja, das ist schon mal auf. Ja, das ist schon mal auf. Ja, das ist schon mal auf. Ja, das ist schon mal auf.